Und... Willkommen, bzw. noch kurz einmal hin. Oh, das sieht man mich wieder noch ein bisschen müde. Denn ich habe eigentlich, wundern sich vielleicht viele, weil ich halt in den letzten Tagen so inaktiv bin. Das liegt daran, dass ich halt... meinen Laptop kaputt, bzw. meinen PC, wo ich die Videos aufnehme. Und jetzt sind wahrscheinlich so 3 Tage oder 2-3 Tage die Reparatur. Das heißt, bis zum Sonntag sollten dann wieder alle Videos kommen. Und ich werde dann auch am Sonntag so viele Videos aufnehmen, wie jetzt in der Zeit gefehlt haben. Das heißt, wenn ich jetzt... Also ich habe ja am Dienstag nochmal 5 Videos gemacht. Wenn ich jetzt diesen, also Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, plus noch der Sonntag, das sind 25. Das heißt, ich werde am Sonntag dann 25 Videos rausbringen. Ob ich es schaffe, ist eine andere Frage. Also schauen, so viel raushauen, wie es geht. Wenn ich es nicht an einem Tag packe, dann mache ich es halt... tue ich halt noch über den Motor und über den Dienstag. Ich drüber ziehe jetzt in den Sommerferien, werde ich auch noch schauen, dass relativ viele Videos, dass das Maß-Ergebnis der Videos täglich kommt, und dass es auch keinen Fehler gibt. Und wenn es Fehler gibt, werde ich euch mit weiteren Videos informieren. Und... Ciao! Ich lade euch! Peace! Ich lade euch! Ich lade euch!